hallo liebe youtuber herzlich willkommen in meinem neuen video und es geht heute um das thema nachhaltigkeit und upcycling ich zeige euch heute nämlich wie ich aus dieser dose die eigentlich im müll landen würde eine schöne vase macht in der ich ein ganz tolles sträußchen verschenken kann bleibt dran da gibt es im detail die anleitung heute ist wieder ein schönes gras video ist es sommer und gras arbeiten ich liebe gras arbeiten ich habe nicht ganz tolles saftiges schönes gras geschnitten und ich habe auch in meinem letzte woche in meinem video habe ich auch mit sehr schöne gras arbeit gezeigt mache ich den video link noch mal rein da habe ich aus einer kleinen glasflasche die man hier drunter erahnen kann eine auch ein sehr schönes gefäß eigentlich eine form von vase gemacht und auch noch mit hilfe von drähten habe noch dieses gras in einer schwungform gebogen das ist also auch eine tolle sommerarbeit video link mache ich rein und da habe ich jetzt so einen schönen roten schmuckdraht genommen und heute habe ich gedacht glasflaschen muss man nicht alle wegwerfen die kann man eigentlich ganz toll verwenden und ebenso muss man eigentlich auch dosen nicht alle wegwerfen und ich wollte gern meiner freundin schönes sträußchen schenken und da die ja nicht zu hause ist wollte ich ja eigentlich auch gerne war zu schenken aber ich wollte jetzt eigentlich nicht so eine glas vase dazu nehmen das irgendwie langweilig ich hatte so im sinne dass es was pfiffigeres ist und dann kam mir die idee habe ich zu hause was gekocht habe die dose ja das papier abgezogen und sträußchen habe ich natürlich schon gemacht das papier abgezogen und habe beschlossen dass ich aus dieser schönen dose einfach eine gras dose macht das war jetzt so ja dazu habe ich immer von floristik 24 gibt es ja diese wunderschönen drähte ich liebe diese acht diese kräftigeren drähte ich liebe auch diese leuchtenden farben ich finde die ganz ganz toll und ich habe beschlossen da jetzt hier ja auch sonnenblumen mit drin sind in meinem sträußchen dass ich gelben draht nehmen nehmen auch schön sieht der ein bisschen leuchtet also eben nicht nur diesen grünen mürten draht und ich möchte gerne ich möchte gerne gras um diese dose wickeln und möchte die einfach so als sommerliche base verwenden frage es immer wie geht man das also an ich habe jetzt schönes gras geschnitten es ist hilfreich wenn das gras bisschen breiter ein bisschen dicker ist je dicker desto besser und moment andersrum ich möchte auch wie auf der wiese sollen die die gras halme unten also nein die die da wo ich es abgeschnitten habe unten und da wo das ende ist das soll oben sein ja das finde ich schöner von der regelmäßigkeit her und ich jetzt einfach her und legt das gras schon mal über einen teil von der dose da jetzt meine finger nicht so groß sind dass ich um diese dose rumfass bei weitem nicht nehme ich den draht legt den weg einfach mal hier mein mittelfinger über den draht drüber um den zu fixieren und wickeln einfach schon mal zwei drei umdrehungen wickelt den draht fest und dann nehme ich das ende und meine rolle und verdreht das muss man alles ein bisschen festhalten so und verdreht den draht miteinander ja habe also so eine hier so eine stelle wo der jetzt fest ist ich kann jetzt auch hergehen und kann diesen kann der teil der nicht zur spule führt natürlich nicht der andere den kann ich jetzt abschneiden den brauche ich nicht mehr und ja jetzt kommt der fall genau jetzt kommt das mit der kapazität meine hände die ich natürlich auch gut nutzen muss und jetzt lege ich jetzt lege ich einfach noch rundherum da wo ich jetzt noch nicht kann noch kein gras hatte so weit wie meine hände reichen lege ich noch mal gras an dieser dose an ich werde es also nicht in einem in einem arbeitsgang schaffen die ganze dose zu umrunden aber das ist jetzt schon mal ja schon mal die hälfte die hälfte habe ich schon mal geschafft so und dann drehe ich die dose noch mal und leg einfach noch mal das gras so an dass es auf jeden fall mindestens bis in höhe des bodens unten reicht weil nachher kann ich nicht mehr nach unten anstücken das ist ein bisschen blöd also es muss jetzt schon in diesem arbeitsgang alles abgedeckt sein so und meine dose sieht jemand noch eine dose nein oder nein meine dose ist jetzt schon grün ich habe jetzt also alles dran und ich wickele jetzt schön fest dieses gras so nicht ja möglichst bis möglichst weit unten aber natürlich nicht so dass ich ja noch so dass ich die die dose erwischt weil wenn ich drunter wickel dann flitzt mir der draht ab und jetzt habe ich eigentlich schon die gewünschte festigkeit und kann meine meine dose schön fest einwickeln immer die rolle gut in der hand behalten schön fest von der rolle abwickeln genau schön fest ist gut wenn man es zu fest macht dann reißt der draht ab super aber das ist jetzt nicht so schlimm man muss einfach das draht den draht anfangen wieder suchen was zum schnippeln also wenn dir sowas passiert nicht verzagen einfach noch mal ein bisschen aufmachen einmal mit dem daumen eine schlaufe machen und mit dem draht von der anderen seite wieder rüber kommen und schon hat man an hat man von zwei seiten von einem die schlaufe und von der anderen seite das einfache stück und der draht der draht ist schon mal schon mal fixiert so und die kurze beschäftigung ja es muss ein bisschen was zum schneiden geben und sehr sehr sonst wäre sehr langweilig was ist das denn das ist nicht so einfach ich muss jetzt einfach einen anfang finden das schaut um den ganzen draht ja das stimmt aber ich muss jetzt einen anfang finden geht nicht anders ja sie ist mit welchem problem wir im blumenladen kämpfen draht rollen sind sind so ein hexenberg das ist echt brutal so guck jetzt habe ich es unten das ist jetzt alles im grunde das ist jetzt kein drama aber das schmeiße ich jetzt sofort also solltet ihr der draht einmal reißen wie ich es gerade geschafft habe so dann gehst du wieder her und wickelst wieder zwei dreimal zwei drei runden den draht fest so die dose dreht sich natürlich schön mit so jetzt haben wir also wieder jetzt haben wir wieder den draht fixiert ich wollte euch ja einfach berichten wie ihr solche probleme lösen könnt und stand jetzt nicht ganz im drehbuch aber ist nicht schlimm ihr wisst jetzt auf jeden fall wie das geht so und wir wickeln jetzt wieder schön unsere dose ich fasse die mal ich fasse die mal von innen an also ich habe noch ein stück zu wickeln so und auch hier ist das kunststück wieder das ende das ende der dose zu erwischen und diese schönen wickeleien also man kann das natürlich auch mit heuer damit stroh im herbst wickeln aber es ist natürlich alles nicht so schön wie so knackiges saftiges grünes frisches gras von der wiese das ist natürlich phänomenal und das man kann ja auch testen wie weit kann ich gehen hier sieht man da gibt es ab da ist dann das ist ende meiner meiner wickelfläche und dann machen wir den draht mal zu ja wenn ihr solche arbeiten gemacht habt natürlich immer ein bisschen aufpassen dass man nicht irgendwie zecken abbekommt also gut gut sich gut angucken dann abends schön schön untersuchen weil da sitzen die natürlich auch die biester das ist leider so aber das ist das opfer für die schön für das schöne gras da muss man auch durch sondern mit der schere mit der schere schön bündig das gras abschneiden und also theoretisch es gibt jetzt hier zwei optionen man kann natürlich auch längere sommerliche blüten kann man hier einstellen die so locker nach oben gehen ja ich wollte jetzt erstmal schluck wasser das ist natürlich eine tolle option wenn man schöne kommen blumen alchemilla so einen lässigen sommerflor kann man sich auch ganz toll einfach so locker einstellen und kann es so lang genießen wie dieses gras schön ist und wenn es dann trocken wird dann kann man natürlich auch hergehen was ich jetzt eigentlich machen wollte weil mein sträuschen ist jetzt nicht so lang ist ein bisschen kürzer so dann kann man auch hergehen und kann das kann das kürzer schneiden und ich habe jetzt bei meinem sträuschen auch hier ringsum die blätter also ich brauche den rand hier tatsächlich dass ich dass ich so über die dose gehe man kann auch genauso optional nach hinten das gras stehen lassen und hier vorne nach vorne die blumen laufen lassen also da sind der fantasie keine grenzen gesetzt und kurzer schneiden wenn es trocknet kürzer schneiden geht immer natürlich auch noch gras im wasser kürzer schneiden geht immer länger machen geht gar nicht ja deswegen kann ich das jetzt einfach mal so als lockeren gras rand stehen lassen und so ein paar kleine schönheits korrekturen sind natürlich auch immer muss man sich auch immer machen und optional könnte man auch noch ein schönes zum beispiel ein schönes organza band oder auch von der dachwurz gibt es ja immer hier ein paar blütchen die abfallen kann man ein paar dachwurz blütchen zum beispiel drauf geben ja da gibt es also viele 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 ideen oder was was man auch sehr schön was ganz toll hält ich habe das jetzt leider schon verarbeitet hier in dem sträuschen zum beispiel strohblumen genau das schön nass strohblumen kann man auch hier wunderbar noch einfach aufgeben die halten auch ganz toll ja das sind jetzt so kleine spielereien wie man diese vase noch verziehen könnte aber das ganze ist jetzt fertig und ich habe auch mein sträuschen und ich setze dieses sträuschen auf meine gras vase und habe also mein schönes sommerliches geschenk für meine freundin damit fertig gemacht habe eine tolle vase total originell habe mein müll reduziert nein aber es ist jetzt wirklich wunderschön verpackt und ich denke sie wird sich bestimmt total freuen darüber ja ich hoffe die idee hat euch gefallen und die drähte bekommt ihr von floristik24 mit zehn prozent fanrabatt aber nur mit dem rabattcode margit schreibe ich euch auch nochmal rein und ich wünsche euch ganz viel spaß beim nachmachen und bei der jagd nach schönem gras bis bald alles liebe von eurer margit tschüss schr zu schr zu Vielen Dank.